Sami, die Claudia, die hat so gelogen, die Claudia so gelogen hat, die Claudia, die hat einfach behauptet, dass ich Angst vor dir hätte. Also, diese Claudia, die ist so böse. Sami, der schweißt mich um. Sami, 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 guck mal hier, die Claudia ist ein ganz, ganz böser Mensch. Ja, die hat behauptet, ich hätte Angst vor dir. Das hat sie beim Forumstreffen erzählt. So eine falsche Hexe ist das. Diese Claudia, ne? Ja, mein Sami. Ja, ich hab dich doch lieb, ne? Als wenn ich Angst vor dir hätte. Hm? Sami, mein Schatzi. Hm? Mein Sami, diese Claudia, diese Kröte. Hm? Mein Sami, mein Sami. Nee, Sami, komm. Nicht kratzen, Sami. Komm, ihr fein. Mein lieber Junge. Mein lieber Junge. Komm, wir müssen doch Claudias Lügengeschichten aufdecken. Ne, Sami? Die hat gelogen. So ein böser Mensch, diese Claudia. Hm? So ein böser Mensch. Ja, Sami, Sami, mein feiner Junge. Mein lieber Junge, ne? Diese böse Claudia. Hm? Diese böse Claudia. Du bist so lieb, als wenn ich Angst vor dir hätte, ne? Ja, mein Schatzi. Mein Schatzi. Ja, fein, feiner Sami. Feiner Sami. Und damit es... Ja, nee, das darf ich ja nicht. So, komm, komm. Fein Sami. So, ja, komm. Der Claudia müssen wir Lügen strafen. Ja, dieser böse Mensch. Diese Claudia. So böse ist die.